Musik Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt Vielleicht, je nachdem wieviel Bot wir nach diesem Gefängnis noch haben Ja, wir machen diese Aufnahme jetzt so... Im dritten Mal glaub ich, ne? Ja... Leider Wir spielen The Escape is 2 Für die Leute, die The Escape is nicht kennen, man muss aus einem Gefängnis ausbrechen Das zusammen mit einem Mitspieler oder auch alleine Indem man halt verschiedene Sachen craftet und einen Ausgang oder einen Ausweg aus dem Gefängnis findet, um auszubrechen Am besten ohne erwischt zu werden Und hängen halt einfach seit... Warte, wieviel Stunden hab ich in diesem Spiel? Vier Stunden hab ich schon Vier Stunden, ja Und wir hängen halt immer noch in dem ersten Gefängnis Besten Player Ja, aber wir sind halt die Mains Okay, so... Ja Ja, wir spielen Escape is 2 Wir versuchen hier das... Achievement, oder das ist die Ausbrechart... Post... Wie heißt die genau? Äh... Die letzte Sendung, irgendwie sowas Letzte Postle oder so, ne? Ja Ja Ja, die versuchen wir zu machen Brauchen wir eine Schachtel zum Craften? Ne, nur Holz, ne? Ich glaub wir brauchen Holz, ja Ja, nur Holz Was brauchen wir denn dafür? Warte mal 30 Intelligenz erstmal, wir brauchen dafür... Einen Boden Also zwei Holz und Nägel Oh, oh nein Nein, nein Nein, nicht schon wieder Nein, nein, nein Alter Weißt du, das kann halt nicht wahr sein Oh man Hushiii Ich bin in meinem Einzelhaft Ich denk da immer nicht dran, das ist so nervig Du bist so ein-Main, ne? So ein-Main Ach, ich hab einmal Holz und nochmal Nägel Das brauch ich denn nicht, wir brauchen keine Feile Was brauchen wir? Keine Feile? Keine Ne Sehr schön Wir müssen halt noch auf die Postadresse Ausschau halten, ne? Gibt's auch noch Aber die Adresse spawnt halt irgendwo random Kann auch sein, dass wir die erst in 5 Tagen kriegen Glaube ich Digga, als ob hier keiner Holz hat Also ich hab einmal Holz gehabt Ja? Ja Gib mal her gleich Ach, ja Muss ich kurz einmal zum Pult Na komm Danke So, okay, so einen Kistenboden habe ich jetzt schonmal Das ist gut, jetzt brauchen wir nur noch Ja, Seite, Seite, Deckel, ne? Eimer Holz und Nägel Wir brauchen nur Eimer Nägel Wir brauchen nur Eimer Nägel Eimer Nägel? Ich hab auch noch Nägel Ja, ich hab auch Eimer Nägel Das heißt, das brauchen wir nicht mehr sonst Wir brauchen noch einmal Holz Holz hab ich Ähm, so'n, so'n, so'n Was ist denn das? Was? Dein? Ne, diese, diese, oh Was sprich mit mir 50, bei 50 Ganz links Guck dir selber an, was wir brauchen Eine Kistenwände Achso, so'n, 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 so'n toten Winkel Ja, genau Kann man den herstellen? Ne, den findest du glaub ich auch Oder kaufen Den kann, ich wollt grad sagen, den kann man eigentlich sonst kaufen Oh nein, nein Maxi, komm mal kurz her Was denn? Ich bin auf 100% Komm her Hör auf die Nein! Ich hatte keine Energie mehr Kacke, mein Kistenboden ist weg Nein! Nein! Nicht in die Telle! Was hat er denn hier? Ja, Duct Tape Uh! Duct Tape Duct Tape Oh, wir müssen Peyton Oder Becher, Feuerzeug und Schokoladenriegel Okay Ich hab Feuerzeug Ja, ich muss das alles aus dem Dings holen Glaub ich Hier ist der Schokoriegel Der Becher Und das Feuerzeug Und das Feuerzeug Oh nein, ich brauch Intelligenz Ih, ich muss schlau sein Oh nein, es tut mir leid Ich wollte dich nicht Ballernpaten Das hast du schon wieder getan Ach, Mann! Maxi? Er war in meinem Weg Und das ist weggebrochen oder was? Nein! Also ja! Nein! Nicht absichtlich Ich muss kurz mal intelligent werden Hier ist Holz! Boah, ernsthaft? Was hast du? Versuch mal irgendwie Das ganze Holz und so zusammen zu sammeln Durch Chests oder des Und noch einen Hammer, ne? Hm Deswegen mach ich die ganzen Quests Damit ich Geld kriege Um alles erstmal zu kaufen, weißt du? Also erstmal questen Ja! Ich muss dich damit verprügeln Womit? Lol, Instakill Schlagring Ich kann jetzt kurz mal gucken Ob ich ein paar Sachen kaufen kann Wie viel Geld hab ich denn? 75 Geld hab ich jetzt Der hat Holz Ich nehm schon mal Holz Kacke, das kann ich nicht mehr kaufen 40! Nice, ich hab nen Hammer! Ich hab mir so nen Halter gekauft So nen Halter hast du? Ja Das wär geil Machen wir dann morgen, ne? Also nächsten Tag Wie viel Holz und so hast du? Ich habe... Ehm... Nägel und nen Halter Ja warte, geb ich dir mal Holz Ich hab aber keinen Platz mehr bei mir im Spind Ja, dann leg kurz ein paar Sachen auf den Boden oder so Ja, leg ihn Ich nehm das einfach mal so mit Ja, dann kannst du craften gleich Ja, wir haben eigentlich alles was wir brauchen Wir brauchen nur noch ein bisschen Holz glaube ich Sonst haben wir alles Ja, aber das Holz kannst du ja auch kaufen, das ist ja das Schöne Ja, gut, klar So, ich tass' ich jetzt so... Wir brauchen... also... Noch einmal Holz Mehr brauchen wir nicht Ich hab doch noch einmal Holz Ja, du hast jetzt zweimal Holz, ne? Ich hab jetzt einmal mit Heimer Holz und äh, bei mir einmal Holz, ja Ja, dann hast du zweimal Holz Ja, warum? Aus den beiden Holz machst du jetzt einmal den... bei 30 den Kistenboden Also und einmal Nägel halt, ne? Ja, die hab ich auch noch Bei 30 den Kistenboden Genau Hab ich Dann hast du bei 50 aus dem Kistenboden und dem, äh, dem, dem toten Winkel sag ich mal Bei dem Winkel Machst du... Äh, den, den, was ist das? Deckel? Die Kisten, die Kistenwände Die Kistenwände, genau Ja Dann brauchen wir jetzt noch einmal Holz und einmal Nägel Weil den Hammer hab ich Einmal Holz, einmal Nägel Ich hab jetzt bei mir gar nichts mehr von Bein, also brauchen wir beides nochmal Einmal Holz, einmal Nägel Genau Danach brauchen wir halt noch Aus irgendeinem Schreibtisch Das Papier Äh, die, die Postanschrift Die können halt auch in dem, in irgendeinem anderen Schreibtisch sein Also komplett random, in welchem Okay Einmal Nägel hab ich Postadresse Weil wir gut sind Was? Ich hab die Postadresse Oh nein, was? Als ob Toll, danke Danke Toll Boah Mann Oh, jetzt muss ich warten bis Oh, Mann Ich hab gut so ein Jay Ey, das ist mein Arbeitgeber Er hat Holz Er hat Holz, er hat Holz Hast du 60 Münzen? Warte Gleich Also die 25 sind relativ leicht gemachtes Geld Ich hab eine Quest, die gibt mir 35 Ja Maxi Hä? Geld Überlassen Ich hab 10 20 Ich hab 30 Äh, 40, glaub ich Ne, 30 Tee, Beutel, Zucker Oh, hör auf, ey Den Scheiß hier kriegen Taste Tee und Zucker Das ist ne neue Quest für mich Ja Ich hab keine Tasse Tee und Zucker Hast du nur noch Tasse Tee oder Zucker? Ne Ja, Zucker, Zucker hast du, wow Maxi G to the G Billard, komm her Wieso haben die alle nur nen Becher? Keine Tasse Was soll der Scheiß? So Ich hab jetzt 70 Muss ich noch den finden, der Also das schon Die Nägel verkaufte Der hier war's nicht Äh, bei den Duschen oben NULS Ich hab's dummiii Er hat keine Nägel mehr Niko hat aber welche Niko hat welche Wo ist Niko? Hier bei mir Oh man Ich laufe in die falsche Richtung Der hier Nein, der hier vorne Ich hab ihn Doch, doch Niko war das wirklich Dann kannst du gleich aus So was fehlt uns jetzt noch? Nichts Wir können los Geil los Geil los Äh Attrappe? Scheiß, das wollen wir nicht Boah, wir sind ab heute einfach nicht mehr da Uff Ja Ja Hoffentlich funktioniert Loll Loll Alter, dass du schräg rauskomm Hör 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 So Hör 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 Oh, das ist B Hör Ja Ja B ist okay Reicht mir Gut, dann würde ich sagen In der nächsten Folge in das nächste Gefängnis Ja Gut, Alter Es war's mit der ersten Folge von Der Eskript ist Gehen halt nur 34 Minuten, ne Könnte man auch fast zwei teilen, Alter Aber ich lad das so hoch Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute Wenn ja, bewertet den Part Wenn ihr mehr von Uschi sehen wollt Aha, hören Bewertet den Part Schreibt es gerne in die Kommentare Wenn ich mehr mit Uschi diese aufnehmen wollte Genau Gut Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Und rein Ciao, ciao